Herzlich willkommen zu dem heutigen Video von mir und zwar mixen wir heute eine Spur mit New Waves Plugins und zwar deswegen, weil ein neues Update rausgekommen ist und ich zeige euch, was sich alles verändert hat, gleich nach dem Intro. So wir starten wie gesagt gleich rein, ich habe hier schon mal die neuen Plugins geöffnet, also es kam ein neues Update raus, das ist die 11. Version, 11.0 oder irgendwie sowas, von den neuen Waves Plugins, vor allem das Renaissance Bundle hat jetzt ein komplett neues Interface und das schauen wir uns an. Vorher noch die Spur mit Antares Autotunen und dann mit Waves Autotunen, weil wir uns hier heute mit Waves beschäftigen, kurzer Unterschied, weil das ist natürlich auch dabei. Und dadurch, dass es ja heute um Waves geht, kurzer Unterschied mal wieder zu dem Waves Tune Realtime. Und ich glaube wir werden auch gleich dabei bleiben, damit wir heute ein bisschen auch das Wave Feeling hochhalten können und zwar, was sich als erstes verändert hat, wie gesagt, ich habe jetzt hier den Air EQ 6 drinnen, da gibt es auch noch andere und zwar den 2er und den 4er, das ist ein 4-Bandiger und ein 2-Bandiger EQ, der 4-Bandiger sieht so aus, aber wir schauen uns sowieso generell jetzt den 6-Bandigen an. Und zwar, was hat sich getan? Ich blende euch auch immer das alte Interface ein, ihr seht, es ist komplett von dunkel auf hell gewechselt, von blau auf so ein verwaschenes Weiß und es schaut sehr modern aus, also zumindest einmal vom Style her auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Ich habe es mir auch selbst noch nicht angeschaut, aber es ist natürlich von der Funktionsweise her gleich wie das alte, ein paar Sachen haben sich dann doch verändert, also hier oben kann ich halt jedes Band einzeln durchklicken, ich will jetzt das 6-Band bearbeiten, kann mir hier die Einstellungen anschauen und so habe ich halt alles auf einen Blick. Wir probieren auch gleich die Tonspur ein bisschen zu EQen, damit ihr euch sehen könnt, damit ihr auch sehen könnt, wie das workt, wie das Ganze funktioniert. Ihr seht schon, er zählt hier oben mit, bei wie viel Herz ich bin. Ja, zeigt er an, das ist auch nicht schlecht. Und Low Cut kann ich hier setzen, perfekt. Und dann mache ich das einfach mal schnell. So wird das Ganze ausschauen, also ich muss sagen, ich finde es, naja, es ist natürlich gewöhnungsbedürftig von den Farben her und von den Formen her, aber es ist von der Funktionsweise her wirklich besser geworden, finde ich. Ich finde, dass das ganze Interface jetzt hier, zumindest der Teil hier, schaut sehr gut aus, dass ich hier unten alles sehr übersichtlich habe und natürlich auch, dass ich das grafisch sehen kann, weil er natürlich hier von 31 Hertz auf 125 springt, dann gleich auf 500, dann kann ich halt hier gleich sehen, wo ich bin. Also hier bin ich bei 385 Hertz. Und den Output kann ich auch regeln, das ist zumindest sehr gut. Und hier kann ich halt einstellen, ob ich halt mehr oder weniger das Monitoring will oder nicht. Und das wäre es mal zum EQ, schauen wir uns das nächste an. Das hat ein R-Kompressor, die zwei Kompressoren sind wirklich Klassiker, werden immer verwendet, von vielen Leuten verwendet. Und deswegen hoffe ich, dass die das auch noch so beibehalten, dass der halbwegs was drauf hat. Okay, naja, man sieht, es ist zumindest im Hochformat jetzt da. Übersichtlicher schaut es eigentlich auch aus, weil halt jetzt hier dieses Ratio-Pattern, ich zeige euch auch eh mal das alte, ja deutlich größer ist jetzt. Also das nimmt mehr Platz ein. Ja, schauen wir einfach mal, was das so hergibt. Ich hab hier nen Drap, ich hab alle gekillt. Molly ist drin und ich lebe den Film. Ich spiele eure Spiele nicht mit und wenn ich hier spiele, ja, dann bin ich am Gewinn. Ich bin der King und ich mach, was ich will. Alle halten mich, weil der Sound ist zu ill. Klatschen verteilt, ich muss Pausch passen killen. Soundbild ist nice, meine Neider sind still. Ich hab den Drap, ich hab... Ja, ich hab ihn jetzt halt natürlich ordentlich aufgefahren, aber er klingt ungefähr so. Ich hab den Drap, ich hab alle gekillt. Molly ist drin und ich lebe den Film. Ich spiele eure Spiele nicht mit und wenn ich hier spiele, ja, dann bin ich am Gewinn. Also müsste man jetzt nicht so krass auffahren. Ich hab ihn jetzt halt hier so bei minus 6 so ein bisschen drüber. Aber so klingt er, es klingt immer noch recht modern. Also ich muss sagen, vom Algorithmus her hat sich, glaube ich, auch nichts getan. Er schaut halt komplett anders aus jetzt. Und das wird beim Airwax wahrscheinlich auch so sein. Ja, der sieht genauso aus. Also der sieht eigentlich vom Interface jetzt her genau gleich aus. Also er ist viel kleiner jetzt, oder? Also der alte war doch viel, viel größer vom Bild halt her. Der ist jetzt quadratisch. Und naja, funktioniert immer noch gleich. Also ich hab hier das Gate und hier den Gain halt, das Gain Staging auf der Seite. Und hier komprimiere ich. Also hier hab ich halt keine Einstellungen über Ratio, also, ja, und über Attack und Release. Aber es sollte immer noch ganz gut klingen. Also die alte Version zumindest hatte einen extrem guten Sound. Ja, er ist immer noch extrem einfach zu bedienen. Also ihr seht, ich zieh das einfach runter und schau mir halt hier an, wie viel er komprimiert. Und dann das Gain Staging mach ich dann halt noch. Also er geht immer noch genau gleich leicht zu bedienen, wie der alte. Schauen wir uns mal die im Vergleich jetzt an, die Spuren. Ja, also hier hab ich halt, was mir ganz gut gefällt, dass ich halt hier noch ein paar Einstellungen mehr habe. Aber natürlich verwendet man oft beide gleichzeitig. Also, dass ich vorher den Air-Kompressor reinfahre und nachher dann den Air-Vox. So, und dann schauen wir uns auch den Air-Werb an. Okay, ja, sieht natürlich auch hell aus. Aber ansonsten, ich glaub, der alte startet auch mit Hall 1, Hall 2. Ich glaub, von den Presets her ist nix Neues dazu gekommen. Okay, und ich kann halt jetzt hier oben anschauen, ob ich grad bei mir Q bin. Oder ob ich jetzt hier grad den Reverb mir anschaue. Oder ob ich mir alles anschaue. Na gut, dann werde ich das mal kurz bearbeiten, damit wir uns mal einen Vergleich anhören können. Ich hab jeden Drip, ich hab alle gekillt. Molly ist drin und ich lebe den Film. Ich spiele eure Spiele nicht mit. Und wenn ich hier spiele, ja, dann bin ich am Gewinn. Okay, also jetzt klingt die ganze Spur so, wenn ich sie, wie gesagt, mit allem komprimiere und bearbeite. Ich hab jeden Drip, ich hab alle gekillt. Molly ist drin und ich lebe den Film. Ich spiele eure Spiele nicht mit. Und wenn ich hier spiele, ja, dann bin ich am Gewinn. Ich bin der King und ich mach, was ich will. Alle halten mich, weil der Sound ist zu ill. Also ich muss sagen, vom Sound her immer noch sehr modern, immer noch sehr cool. Und den Air Channel, den hab ich auch schon mal gezeigt in einem Video zu meinem 30 Euro Plugins, Empfehlungsvideo, weil ich halt hier würde ich eigentlich immer noch empfehlen. Ich finde das Design jetzt sogar besser. Also man hat halt hier den EQ, den man einzeln auch holen kann. Das war genau der hier. Also der 4-Bandige halt. Also den 6-Bandige hat man hier nicht. Und dann halt man das Gate, Air-Kompressor oder den Air-Wox und kann halt hier alles einstellen. Und ich muss sagen, das gefällt mir sogar noch besser vom Interface her, weil ich hier beim, weil ich hier sogar ein bisschen übersichtlicher ist es, glaube ich. Also mit dem EQ könnte man eigentlich auch schon recht gut detailliert arbeiten, weil mit dem alten, der war schon so klein irgendwie. Und man kann das Fenster ja auch größer machen, oder? Wenn es mich da jetzt nicht täuscht. Naja, das wäre es nochmal zu dem Channel, den habe ich auch schon mal gezeigt. Und ansonsten, wie gesagt, die Spur hört sich jetzt so an. Wie gesagt, das war es mit dem heutigen Video. Kurze Abstimmung, ob ihr die Waves-Plugins verwendet oder nicht, weil wenn ihr sagt, ihr verwendet öfters Waves-Plugins, dann haue ich auch mal ein paar Presets raus für euch oder ansonsten für Fabfilter oder andere Plugin-Hersteller. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, es werden noch mehr Videos kommen. Schreibt mir auf Instagram, falls du willst, dass ich dir was mixe oder falls du Fragen hast, irgendwas brauchst. Und ansonsten, wir sehen uns im nächsten Video.